Gucken wir uns das neue Video an von hungriger Hupen und... Wie? Moin moin und rein da. Abfahrt! Ich bin nicht angegangen. Ich bin ja auch bei einer, also... Das mache ich heute noch. Ich habe eine Schwäche dafür. Okay! Abfahrt! Ah! Ten times! I have this other ten times! Shut the fuck up, boy bitch! You are my little faggot! Come here right now! You are my princess from now! I will take you into my home! And I will fuck you until you love me! Hier! Für mich! Hilfe, wenn... Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Dieser Rentner hier hat der Soundboard für sich entdeckt. Ihr kommt ALLE in die HELLE! Ich bin...das...biks... Ein kurzer Rückblick aus der letzten Folge. Das war die beste Ausrede, die Rohat eingefallen ist. Erstmal dazu. Erstmal dazu. Ich kannte sie gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollte. Und ich habe keine Ahnung, wer dieses Video aufgenommen hat. Das ist mein Statement. Bei diesem Lächeln wird jede Dame schwach. Jetzt schmeckt... Meine Fresse. Ich guck gerade Monke. Ja, Monke. Kennst du doch. Steh doch auf der Mütze. Küsst die Puppe. Ja, hallo. Ja? Küssen. Küssen. Du spielst schon. Ist meine Hand. Nein. Und alles klar. Jetzt sitze ich wieder hier, weißt du, wie so ein wirklich so ein 35-Jähriger, der den Absprung von der Mutter nicht geschafft hat. Und jetzt von der Mutter, weißt du, so hier den Bückling macht. Wenn die Mutter ins Kinderzimmer kommt und guckt, was macht der Junge wieder am Computer. Ja, ja, so muss es sein. Jo, mit dir auch, Mann. Ja, gleichfalls. Haut rein, tschüss. Ciao. Hey, René. Ja. Hast du noch gebraucht zu spielen? Ich gehe einfach in eine neue Runde. Vielleicht finden wir nochmal. Nee, fuck, er lauscht, Digga. Er hat mich so gefickt. Doch, doch, er lauscht. Ey, spiel doch noch eine Runde mit René. Fock doch noch eine. Es ist Zeit für Lieferando.de. Alles, was du willst. Und was ich nochmal anmerken wollte. Ich hab so Hunger und mein Essen, das kommt einfach nicht, Mann. Das ist auch so. Ob Suppen, Käsespätzle oder etwas Leckeres zum Teilen. Ganz einfach zu dir geliefert. Ja, beste Leben, Bruder. Beste Leben. Oh, nee, ne? Alkoholfreies Bier ist ungefähr so, wie die eigene Schwester zu lecken. Schmeckt richtig, ist aber falsch. Sag den anderen beiden, falls sie dich noch hören. Das ist nicht meine Mensch. Ich weiß, aber wenn die anderen beiden dich noch hören, weil die ja noch in der Lobby sind, dann sag den beiden mal, dass das Huren... Wie ist die denn jetzt? Wo war das denn? Oh, da. Upsala. Schatz, mach doch kein Show jetzt. Also Sex unter der Dusche endet irgendwie gefühlt immer in der Prügelei, weil ich unter dem warmen Wasser stehen will, nicht die Alte. Aber die Alte will auch unter dem warmen Wasser stehen. Versteht ihr, wie ich meine? Also man fühlt nicht so viel, Digi. Bilei, nur eine ganz kurze Frage. Masturbieren unter der Dusche ist schon noch ein Unterschied zum Geschlechtsverkehr. Hast du letztes Mal einen Überfall gemacht mit Nuklan? Mit was? Mit Nuklan, kennst du den? Nuklan, wer ist das? Nuklan, meine Eier, du Arschloch. Wieder aufsauen und reingehauen, Digi. Das war nichts, Digi. Bist du schon etwas dick? Ach, die Schnauze, Alter. Das Einzige, was man will, dick, dick ist, ist mein Dick. Ja, das war's komplett. Einfach auf Zucker verzichten. Ja, stimmt, Big Mac, Digi. Wir machen es einfach so, Big Mac, dann verbessern wir die Welt. Einfach jedes Mal, wenn ich Bock auf einen Suske-Track habe, hau ich mir ein bisschen LSD rein, Digi. Ah, Korra! Wie viele Menschen sind gerade im Weltraum? Stopp. Ey, Mann, ich wollte noch ändern. Was für? Ey, Milliarden wollte ich. Milliarden wollte ich. Okay. Also 7,4 Milliarden, aber das ist auch schlecht. Ich wollte 7,8. Ich habe 29. Was? Leute. Was mit 29? 29 Leute. Push it pay. Yeah, push it pay. Dürerndünner oder Fleisch? Wer sagt denn? Wer sagt denn Fleischtasche? Eigentlich direkt Bannberg, oder? Mit den Jungs. Und wir können uns jetzt erstmal einen Fleischrucksack. Die hättest schon bloß, Alter. Oh, Karra, ey. Oh, Karra. Tut eine Anzeige. Monat und Iceberg. Bruder, ich küsse doch dein Herz, aber warum siehst du aus wie... Bruder, wenn ich jetzt auf den Link drücke. So, erstmal für Iceberg. 5 Minuten auf die stille Treppe. Wiederschauen und reingehauen, Digga. I tried to scream. Oh, jetzt ist hier auch noch wieder ein Mediziner. Wenn der jetzt auch stirbt. Sag mal, seid ihr eigentlich alle völlig bescheuert? How are you? I'm under the water. Please help me. Gleich ist Schluss. Oh, 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 oh. Hello, hello. I'm at the delivery. Ja, Leute, die Uber-Fahrer, die kennen mich hier schon. Ey, wo wohnt der? Was spricht der für eine Sprache? Alter, der andere Spanisch oder was? Hola, come by the way. Ach, der wohnt auf Madeira. Überleg mal, wie kannst du das... War das... Ist er hauptberuflich YouTuber gewesen? Oder war er immer... Dings. Das ist der Sohn von Ayman Abdallah? Quatsch, oder? Nein, ist er nicht, ne? Nee, ne? Ja? Es kann wirklich sein. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Digga, deine Augen, wie sehen die denn aus? Ich bin der Typ, der bei dir zu Hause einfach raus. Denn deine Freundin, ey, die schmeißt dich bald raus. Und du heißt Kerim. Ey, was ist das denn für ein Name? Ich hau dir in die Fresse und du bekommst deine Tage. Doch leider nicht aus deiner Muschi, sondern aus deiner Nase. Okay, reicht jetzt. Okay, darf ich jetzt... Und er sagt so, okay, okay, okay. Ich kann es mit einem Wort zerfetzen, okay? Okay, let's go. Gut, sohn.